Wiener kommt in London in die österreichische Botschaft und sagt, Guten Tag, ich habe ein Problem. Grüß Gott, bitte. Ich habe so einen Hunger. Ja. Ich hätte so gerne einen Kaffee und einen Apfelstrudel, aber wie bestell ich denn das da? Ich meine, ich kann gerade, you are perhaps a Henry, das heißt, du bist vielleicht ein Heini, aber sonst habe ich nichts drauf. Ganz einfach, notieren Sie, schreiben Sie please. Moment, B-L-I-S, please. So kann man es auch schreiben. Ja. Please. Ich bin mir 20. Ich habe noch mal. Please, ja. Ich tue, was ich kann. Please, I want. I, E, I, I want, ja. A cup of coffee. A was? A cup. A cup. A cup of the good coffee. Of coffee. Of coffee, ja. And then apple pie. And an apple pie. Apple pie. Na super. Pie. And apple pie, ist schon klar. And apple pie. Gut. Jo, klar. Eine Woche später kommt der Mann. Herz, Dankeschön. Bitte. Sonntag war ich bei Ihnen. Ja. Montag Frühstück, coffee, apple pie. Sehr gut. A hammer. Z Mittag, coffee, apple pie. Nur gut. Abendessen, coffee, apple pie. Na. Dienstag Frühstück, coffee, apple pie. Grandios. Seit fünf Tag, coffee, apple pie. Jetzt staubt es mir langsam bei die Uhren aus. Ich hätte wahnsinnig gern ein Glas Milch und ein Butterbrot. Nichts gleich, das schreiben Sie bitte auf. Please. Ja, B-L-I-S. Ja. Ja, bitte. Please, I want a glass of milk and a bread with butter. And a bread with butter. Dankeschön. Gern geschenk. Sie sind, ich weiß nicht was, aber ich bin noch weit nach. So, dieser Mann geht nun ins nächste Lokal. Ach, herrlich. Sir. So, also, lauschen Sie mal, ja. Wäsche ist er. Pass auf. Please, I want a glass of milk and a bread with butter. Yes, sir. Would you like black bread or white bread? Please. Hab ich schon gesagt? Please. Please, please, please. I want a glass of milk and a bread with butter. Yes, sir, I understand. But would you like black bread or white bread? You've got a hammer? Was is los? Come here. Please. Please, hab ich gesagt. Please. Ei. Das Ei bin ich. Geh, ei. Ei want. Ei want. A glass, also a glass of milk. Was? Muh. And a bread, so a, a dreianzen. A bread with butter. Yes, sir, I understand. But black bread or white bread? Ah, 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 ah. Come for an apple, bye.